Musik So, herzlich willkommen auf unserem Channel. Mein Name ist Yannick und wir spielen den Modell Auto Simulator 3D. Okay. So, das Auto, das finde ich jetzt eigentlich schon ganz okay. Ich will jetzt einfach mal los. Boah, geiler Lade-Spring. Toll. Okay. Was ist das denn jetzt? Aha. Jetzt. Hm? Warte mal. Nochmal. Das ist doch jetzt irgendwie... Hä? Warte nochmal. Ich glaube, ich weiß meinen Fehler. Ah. Boah, die Steuerung läuft sehr... Ja, nicht flüssig. Irgendwie komisch. So... Ja, so komisch. Kann ich schlecht beschreiben. Geil. Wow. Nein! Ich hab' mich verpasst. Ranger. Okay. Nein! Oh. Ja, hab' ich's denn jetzt nicht geschafft? Muss ich jetzt wieder zurück, oder wie? Also, das ist Slalom. Das weiß ich nicht. Oh! Boah! Boah! Eieiei, das ist ja echt... So. Und schon fahre wieder. Also, irgendwie verstehe ich das jetzt mal ganz... Ich mach doch das, was ich kenne, oder wie? Wow, und ich bin schon wieder kaputt. Eieiei, das ist ja echt realistisch. Egal, ich hab' keine Lust, Slalom zu fahren. Ich fahre jetzt mal hier irgendwie ein paar andere Stunts. Zum Beispiel das hier. Hold. Oh Gott. Ja. Ah, ah, ah. Oh. Oh Gott. Ei, ei, ei. Das Spiel ist irgendwie scheiße. Ich weiß nicht. Oh, oh, das ist doch scheiße. Das ist übrigens auch genau dieselbe Firma, die auch das Spiel Space Shuttle Simulator gemacht hat. Oh, aber irgendwie mag ich die Firma nicht. Ich hab nur grad vergessen, wie sie heißt. Ah, die Hooping. Looping. Looping, Looping. Oh Gott. Yeah. Ich schaffe es. Nein, ich schaff's nicht. Und boom. Das ist echt... Eine Grafikpracht ist das. Wo sind denn hier neue Sachen? Ich seh' nicht. Boah, ich bin grad auf zwei Rädern gefahren. Habt ihr das gesehen? Nee, da will ich nicht wieder. Ich will da. Da, da will ich auf. Ein ausgetrocknetes Flussbett oder was auch immer das ist. Und... Wow. Yeah. Scheiße, ich hab das geschafft. Ah, das geht besser. Und ich bin schon wieder im Arsch. Schnell eine Mini gemacht. So ein super Stunt hier. Und wieder im Arsch. Also das ist so scheiß realistisch, das Spiel. Das ist mehr als nur ein Simulator. Oh, da fahr ich jetzt hoch. Schaff ich das? Ja, war klar, dass ich das schaffe. Boah, was war das für ein Stunt? Geil. Ja, ich bin wieder im Arsch. Das würde ich gerne nochmal schaffen. Das war richtig geil. Nein. Boah, aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Also irgendwie sieht das Modellauto komisch aus. Ich wollte ein Monster Truck sein, aber irgendwie stehen die Reifen so weit auseinander. Oh, und Newtons Gesetz verfolgt mich. Ja. Man kann auch Ansicht wechseln. Oh, das ist ja noch geiler. Das ist wirklich ein Schiff. Das ist ein Schiff. Oh, shit. Ich kann fast gar nichts sehen. Was haben wir noch? Ah, da sehe ich ja noch mehr Wow, was ist das denn hier? Ich war gerade wieder dieses Ding hier hoch Ja, danke Ansicht Echt nett von hier Also die Kamera, die dreht sich Ja, irgendwas ist jetzt vorbei Ne, ich will aber keinen neuen Versuch Ich will das Spiel jetzt benden Schneiden und hochladen Auf Wiedersehen